Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Anfängertipps aus dem Hause Star Stable. Als aller erstes gehen wir ein wenig auf Hotkeys ein. Star Stable ist ein Spiel, was noch nicht besonders viele Hotkeys hat. Was sind eigentlich Hotkeys? Hotkeys sind Tasten, die euch das Spiel erleichtern, wodurch ihr nicht die Funktionen über das ganze Menü aufrufen müsst. Also ihr könnt ja hier über die Menütasten teilweise Funktionen auslösen, aber Star Stable hat auch sogenannte Hotkeys. Unter anderem sind das einmal O für den Fotomodus. Dann haben wir P, das euer Haustier nach außen schickt oder in die Tasche schickt. Aber wichtig, nur bei Haustieren, die auch Walking Pets sind. Also es ist nicht jedes Haustier Walking, steht nicht auf den Haustieren explizit drauf, aber ihr könnt es ja einfach so mal ausprobieren. Und das nächste sind dann wiederum die Magical Buttons. Also manche Pferde wie dieses hier können über den H-Knopf auch ihre Farbe ändern. Soweit zu den Hotkeys. Ein weiterer Hotkey ist das Bremsen. Der geht über X. Also das sind auch eine Sache, die natürlich nur über diesen Hotkey geht, aber ich wollte ihn trotzdem hier einmal erwähnen. Kommen wir aber zu weiteren Symbolen und der Karte in Star Stable. Ihr könnt bei der Karte hier oben bei Kartensymbolen wählen, was ihr alles sehen wollt. Es lohnt sich am besten immer die Sachen anzeigen zu lassen, die ihr auch gerade am suchen seid. Denn wenn man die ganze Karte voll hat, sieht das Ganze einfach so aus. Und es ist mega, mega unübersichtlich. Wichtig ist, wenn gerade ein Event ist, dann solltet ihr einerseits die täglichen Wechselquests, die zeitbegrenzten Eventsachen und am besten auch nochmal solche Sachen wie limitierte Pferde anschmeißen, weil die sind die Sachen, die dann auf die Events sich immer nochmal beziehen. Deswegen seht ihr auch gerade, haben wir nur die limitierten Pferde da, weil sie jetzt gerade hier vorne stehen, nämlich die magischen Pferde. Dadurch seht ihr alles, was aktuell wichtig ist. Wenn ihr zum Beispiel auf der Suche seid nach täglichen Aufgaben, könnt ihr das Ganze so machen und das ist für euch deutlich übersichtlicher. Gerade wenn ihr levelt, sind zwei Symbole sehr, sehr wichtig, nämlich der Tagesblocker und der Rufblocker. Diese beiden Sachen zeigen euch Sachen ein, an wo ihr noch etwas tun müsst, um weiter im Spiel voranzukommen. Der Tagesblocker zeigt euch an, dass ihr dort einen Tag warten müsst. Das ist tatsächlich eine Sache, die ihr im Spiel auch überspringen könnt, nämlich wenn ihr zu gewissen Leuten geht, die euch den Tag überspringen lassen. Und das gucken wir uns nämlich gleich mal an, während wir darüber reden, was das andere ist. Der Rufblocker, den erkläre ich euch gleich. Rufblocker könnt ihr überspringen, indem ihr solche gewissen täglichen Aufgaben macht, die euch dann wiederum Ruf bei dieser Fraktion bringen, nämlich hier unten zum Beispiel mit den Bobcats. Tagesblocker müsstet ihr entweder einen Tag im Spiel warten oder ihr geht zu gewissen NPCs hin. Hier im Moorland wäre das Jenna, die euch ermöglichen, einmal zu übernachten. Damit überspringt ihr das Ganze, aber wichtig aufgepasst, das kostet euch Starcoins. Solltet ihr also wirklich nur machen, wenn ihr es sehr, sehr eilig habt. Wenn ihr in Starstable Geld verdienen wollt, gibt das ein paar unterschiedliche Möglichkeiten, die alle auf ihre Weise Chillinge bringen. Das erste sind tägliche Aufgaben, wie zum Beispiel die Stallarbeiten. Die nehmt ihr immer in der Nähe des Stalls an. Hier im Moorland wäre das einmal diese Tafel. Dort könnt ihr dann einmal die Stelle ausmisten und ihr bekommt dort ganz gut Schillinge dafür, dass ihr nur ganz kurz Arbeiten machen müsst. Das weitere sind natürlich die Rennen, die unterschiedliche Schillingbeträge geben. So gibt es ein paar Rennen, die recht gut geben und ein paar Rennen, die recht wenig geben. Im Moorland seht ihr das unterschiedlich. Manche Rennen geben euch eher wenig Belohnung, andere Rennen geben euch dann dafür ein wenig mehr. Es sind aber meistens auch dafür ein wenig länger als das Ganze. Die besten Rennen in dem Sinne wären dann hier die Tierrennen, das Tier sammeln auf der Starshine Ranch, die natürlich für Anfänger noch nicht zugänglich sind. Aber wenn ihr in der Lage seid, über die Brücke von Feargrove zu gehen und auf der Starshine Ranch dann eure Aufgaben zu machen, lohnt es sich auf jeden Fall dort hinzuschauen. Eine weitere Sache ist die Archäologie, mit der ihr aber erst später im Spiel zu tun haben werdet. Solltet ihr euch aber unbedingt schon mal ein bisschen auf dem Schirm halten. Sobald ihr die Möglichkeit habt, geht es dann nämlich auch zum Beispiel ab Level 15 ins Dinotal. Dort könnt ihr dann ordentlich sammeln und richtig viele Schillinge verdienen. Das letzte in dem Sinne sind dann auch die Championate, die euch auch sehr sehr viele Schillinge geben und der Vorteil, ihr könnt die Championate ansparen. Denn hier seht ihr jeweils die Jorvik Wettbewerbsjury, schickt euch die Belohnung, nämlich per Post. So kann ich jetzt hier meine 200 Schillinge behalten, habe damit quasi 200 mehr, wenn ich sie nicht raushole und hätte damit schon ein bisschen Schillinge, die ich mir vorab sparen kann. Was sich über die gesamte Zeit, wenn ihr das immer wieder macht, auf jeden Fall lohnt, wenn ihr das macht. Eine weitere gute Sache und eine zusätzliche Sache, die für den Anfang vielleicht nicht so interessant ist, sind die Highscore-Listen. Denn die Highscore-Listen, die haben nämlich eine unterschiedliche Funktion. Ihr bekommt nämlich, wenn ihr bei den unterschiedlichen Rennen, die ihr ja hier auswählen könnt, bekommt ihr nämlich, wenn ihr den Tagesbesten abschließt. Und da seht ihr zum Beispiel, dass da an manchen Tagen zum Beispiel die Leute gar nicht besonders aktiv sind. Auch wenn man die Woche anschaut, ist es immer mal der Fall, dass es da auch recht einfache zu verdienende Schillinge gibt, da Leute gerade ihre Fäde leveln. Denn sowohl der Tagesbeste als auch der Wochenbeste und auch der Monatsbeste bringen euch zusätzlich eine ganze Menge Schillinge, die gerade am Anfang natürlich nicht von der Hand zu weisen sind. Wichtig ist es auch, dass ihr immer so ein bisschen auf die Events achtet. Achtet so ein bisschen auf die News von Star Stable. Denn gerade für Anfänger sind natürlich kommende und neue Events oftmals sehr lukrativ für Erfahrungspunkte und auch für Schillinge. Die letzten Tipps für heute beziehen sich auf den Stall, denn ihr könnt bei eurem Stall eine ganze Menge machen. Das erste ist, dass ihr hier einerseits die Stallhilfe kaufen könnt, die eure Pferde verpflegt. Wichtige Info dafür, kauft euch immer nur, wenn ihr natürlich nicht lange im Voraus kaufen wollt, immer nur einen Tag die Stallhilfe. Denn, ganz wichtig, der Tag, an dem ihr die Stallhilfe kauft, zählt immer dazu. Also würde ich jetzt für einen Tag kaufen, kaufe ich eigentlich für morgen und für heute, also für zwei Tage. Das ist aber eine Sache, die geht nur, wenn ihr einen Tag kauft. Also wenn ihr zwei kauft, kauft ihr nicht vier, sondern würdet ihr auch dann damit drei kaufen, weil ihr dafür den Tag plus zwei weitere kauft. Das ist auf jeden Fall da auch eine wichtige Info, also immer am besten einen Tag kaufen, wenn ihr euch natürlich regelmäßig einloggt. Das weitere ist, ihr könnt hier eure Pferde sortieren, falls ihr sie gerade wie ich nämlich rausgepackt habt, werden sie somit dann auf die Boxen verteilt. Hier könnt ihr dann eure Pferde auch nochmal sortieren nach unterschiedlichen Merkmalen, Rasse, Level und so weiter und sie dann hin und her schieben, je nachdem, wie ihr das Ganze möchtet. Wollt ihr ein paar Freunde einladen, die euren Stall anschauen können, könnt ihr das hier tun. Einerseits eben Leute in eurer Gruppe, wenn ihr eine habt oder andererseits natürlich auch Leute vom Reitclub oder der Freundesliste. Eine weitere Sache ist die, dass wenn ihr euer Pferd umziehen wollt, müsst ihr nicht unbedingt auf euer Pferd aufsteigen, sondern ihr könnt auch einfach auf seinen Namen klicken und könnt da auch mal die Inventarsache von eurem Pferd ausziehen, ohne das Pferd jetzt speziell nochmal zu reiten. So bleibt ihr nämlich auf eurem aktuellen Pferd und könnt trotzdem die Gegenstände vom Pferd, was ihr gerade die Items entfernen wollt, nämlich dann auch noch einmal ändern. Am Spiegel in eurem Stall habt ihr dann die Möglichkeit, euer Make-up und eure Frisur zu ändern, die ihr nämlich dann alle gekauft habt und dann hier völlig kostenlos für euren Charakter ändern könnt. Eure Ausrüstungsgegenstände, die ihr dann schon lagern könnt, könnt ihr hier auf der Bank in unterschiedlichen Kategorien klassifiziert, dann einmal für euch sparen, denn das Inventar ist ja nicht besonders groß. Als kleiner Funfact am Rande habt ihr noch hier hinten die Möglichkeit, euer Pferd zu waschen oder auch natürlich, wenn ihr Lust habt, einfach euch selber mal ein bisschen sauberer zu machen. Soweit aber auch zu meinen Anfängertipps Phase 2. Wenn ihr noch gewisse Sachen wissen wollt oder Sachen, die wichtig sind für neue Spieler, schreibt sie mir gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, geholfen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017